Das ist eine Ruderregatta der besonderen Art. Ein Spektakel auf dem Rhein von Basel. Der 6,4 Kilometer lange Verfolgungswettkampf ist das größte Achterrennen im deutschsprachigen Raum. Besondere Herausforderung? Die Wände bei Streckenhälfte. Bei tiefen Temperaturen, aber besten Ruderbedingungen liefern sich die Teams spannende Duelle. Mit Start und Ziel bei der mittleren Brücke. Die stärksten Ruderer kommen auch dieses Jahr aus Deutschland. Die Weltmeister gewinnen die Regatta mit neuem Streckenrekord.